Der Krieg noch nicht vorbei, aber die Franzosen haben ihren Schwung verloren. Die Templer können sich jetzt ganz auf die Assassinen konzentrieren. Mal sehen, welche Rolle Shea spielt. Mal sehen, welche Rolle Shea spielt. Wie steht es um die Vorläufer-Sache? Wir sammeln Schiffe und Vorräte, aber es ist schwierig ohne ein bestimmtes Ziel. Ich habe Männer. Sie reichen, um meine Crew aufzustellen, Shea-Voyer. Hope hat herausgefunden, wie man Franklins Experiment reproduziert. Schon bald kennen wir die nächste Vorläuferstätte. Und ihr seid sicher, das zu schaffen? Ich habe Augen und Ohren, Mentor. Das Gerät ist in Kürze fertig. Sehr gut. Berichtet mir. Wir müssen Hope's Versteck finden. Die meisten Banditen von New York gehorchen ja jetzt. Ich sollte zum Großmeister. Was ist hier, Freund? Es steht derzeit nicht gut. Die Assassinen können die Vorläufer-Schatulle in Gang setzen. Sie planen schon eine Expedition. Dann müssen wir sie aufhalten. Hope hat hunderte Männer. Und die Obrigkeit tut rein gar nichts. Was, wenn wir uns für sie ausgeben? Und ein so großes Verbrechen begeben, dass sie diese Briganten nicht mehr ignorieren können? Klingt nach einem guten Plan, Jack. Mach das. Ich muss wissen, wo die Assassinen stecken. Täusche ich mich, oder? Will er, dass wir Ärger anzetteln? Really? Macht euch einen Spaß draus, Shay. Schnappt sie, Shay. Wir brauchen die Kleider. Ich glaube, wir werden verfolgen. Du hast recht. Schneller! Komm schon! Ich bin zu jung zum Sterben. Schnell, du Idiot! Sonst sind wir beide tot! Schnell, ich bin zu jung. Geben wir nicht erbärmliche Gauner ab. Nein. Ich heb das Niveau. Was ist das Ziel? Die Armeekasse. Wir müssen schnell sein. Ein Regiment ist bereits unterwegs zu dem Fonds, wo die Münzen lagern. Toll. Sicher habt ihr einen Plan. Da sind viele Gefangene. Geht rein, hisst die Bandenfahne. Dann befreie ich sie. Ihr wollt Verbrecherpack befreien, das für die Assassinen arbeitet? Nun, wir müssen die Armee auf sie lenken, oder nicht? Denkt dran. Ihr hisst die Fahne. Ich sorge für den Aufstand. Ich bin nicht. Oh, oh, oh. Ja, ja, ja. Ja, ja.